... habt ihr es schon bemerkt, aber nerimesische Stoßtruppen durchstreifen das Land und errichten Stützpunkte. Je früher wir die Steine haben, desto besser. Okay. Hallo. Ja. Wieso? Nun, das Wissen um die schwarzen Steine ist schon mal ein großer Fortschritt. Aber dennoch, es bleiben tausend geschlossene Fragen. Ich fühle mich jämmerlich, um ehrlich zu sein. Wie ein Kind, das mit der Aufgabe betraut wurde, die Technik hinter einer Sternlingskanone zu verstehen. Habe ich? Ich dachte eigentlich, den hätte ich mir abgewöhnt. Aber ja, ihr habt recht. Ich stamme ursprünglich aus Neri. Ach ja, das hast du uns schon mal erzählt. Nein, wirklich nicht. Ja, ich wurde... Aber wollt ihr das überhaupt hören? Ich will euch... Naja, sie hat einen Reisenden... Meine Mutter sollte sie... Kreo war sein Name. Ich werde... Das fragt ihr mich. Bis ich neun war, mussten wir diesem Kreo... ...dienen. Ich hatte Glück. Das habe ich immer... Naja, auf jeden Fall hatte ich durch zu... Tja, aber er war seine... Seltsam. Nein, mein... Aber ich habe vor... Aber wenn all das... Beim rechten Weg... Jetzt habe ich euch aber zugeschwafelt. Ich denke mal, eine schöne Frau wie ihr hat Interessanteres zu tun, als sich die... Lieblingsgeschichten eines langweiligen Magisters anzuhören. Verzeih mir. Worum geht es? Diese... Yakal, der Feldherr der Dülgar. Wieso? Was müsst ihr bei Ihnen? Ah, warten. Okay. Das Sternlingsschifftes Treffen. Äh... Nur das, was in den Überlieferungen steht. Dann versuchen wir einfach mal das. Keiner, der in die Kaste geboren war. Solange wir nichts machen dürften. Aber eigentlich wollte ich noch ein bisschen... Ähm... Mystischen Bogen. Ja, kommen... Feuerelemente und wo ist mein Blitz? Ja. Zack. Hast du vielleicht noch ein paar... Propheten? Was wollt ihr? Hä? Was ist eigentlich? Wie viel? Rüstung 18. 31. Kommen wir nicht. Warte mal, wir haben jetzt leichte Rüstung. 248, ne? Äh... Italien, Erinnerung des Wallerbunden, Entropie, Synustrophen. Ah, wir haben jetzt überall 2 drauf. Plus 2, wie schön. Gut. Alchemie haben wir sehr wenig. Handwerkskunst. Schloss knacken. Und Rhetorik. Okay. So. Wir müssen jetzt, äh... Ich würde sagen, ins Adelsviertel, um neue Bücher zu bekommen. Und dann nochmal verkaufen und kaufen. Hymne des Wüstenkönigs. Eine neue... Oh, ne. Nicht du wieder. So. Augen des Nordens. Spüren wir schon. So. Irelas Archimistenkönig. Kann ich dir was geben? Schockschutztrank. Schockschutztrank. Ja, komm. Taschenliebstahl brauchen wir nicht. Stärketrank brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Ah, und mich schockschutrank. Ratsch ich erst mal. Äh. Oh. Nein, kosten aber nicht so viel. Okay. Da bringt's mir aber auch nicht viel. Schade. Alchemie kann ich nicht viel mit anfangen gerade. Ich brauche... Grüße. Ah. Funkenfürst von Feuerblitz. Schra... Ah, das Ding ist schrecklich. Haben wir hier für die noch ein bisschen was? Ne. Schade. Okay. Hm. Ne? Ah, guck mal hier. Entropie. Elementarismus. Und Elementarismus. Wart mal. Stopp. Erst mal gucken. Elementarismus können wir nur noch vier kaufen. Entropie habe ich jetzt... Ja. Okay. Also. Meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Ja, ist ja gut. Elementarismus. Vier Stück. So, zack. So, einmal kurz. Hm. So. Entropie kann ich mir noch... ...sechs Bücher kaufen. Meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Ja, ja. Entropie. Äh. Ich habe noch nicht mal mehr Geld für sechs Stück. Aber für zwei habe ich noch Geld. So. Nein. Ich möchte meine Bücher holen. So. So. Mein Gott. Euch kenne ich doch. Geht zurück. Was kann ich tun für euer Glück? Was hast du denn noch für uns da? Guten Tag, schönes Fräulein. Aber sicher doch. Hm. Assassin-Harnisch. Feinstahl-Feuerholz-Stapel. Okay. Okay. Mehr kann ich nicht gebrauchen. Und du. Was kann ich dir geben? Oh. 309. Ein. Weg damit. Äh. Ich kann dir auch nichts mehr davon verkaufen. Ein Amethyst kann ich dir verkaufen. Und. Oh. Rubin. Das ist aber auch nur Seelenstein. Zack. So. Was kannst du uns denn noch geben? Hm. Expertenbuch. Entropie. Entropie. Achso. Äh. Entropie kann ich ja noch. So. Eins. Zwei. Davon kaufen. So. Sieh. Stimmt das? Elementarismus. Entropie. Ja. Leichte Rüstung. Oh. Leichtum. Aber sicher doch. Immer auch nochmal. Leichte Rüstung. Zwei Stück. Gesellenbuch. Leichte Rüstung. Zwei Stück. Zwei Stück. Danke schön. Objekte. Gut. Dann ab nach draußen. Und. Und. Güterrobe. 33 Rüstung. Okay. Okay. Also. Ähm. Krieg für unsere Haustüre. Hast ihr doch alles. Runter. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder. Stärkere Sachen bekommen. Aber. Wo ich jetzt hin möchte. Ist. Zum. Miratenturm. Scheiße. Ich hoffe. Ich habe genügend Groschen. Noch. Für den. Hm. Für den Flug. Ist ja ziemlich scheiße. Wenn nicht. Das fällt mir jetzt gerade ein. Wofür müssen wir da hin. Wow. Wie kommen wir denn. Aha. Schneefall. Ich war noch nicht bei der Schnee. Nie. Ach. Niebelheim. Müssten wir da. Okay. Schreitet wohl. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Nach Nebelheim. Schneefallt-Taverne. Ja. Dann fliegen wir natürlich direkt zu Schneefallt-Taverne. Aber wieso haben wir den Ort noch nicht entdeckt? Das ist eine gute Frage. Aha. Jetzt haben wir ihn entdeckt. Okay. Gut. Manche Leute wissen einfach nicht, was ihr fahrt. Ich komme hier auf den Rückweg auf jeden Fall noch mal vorbei. Seitdem ich teleport hier mich direkt nach Ark. Ähm. Ja. Komm mit mir. Dieser Kristallwald sieht einfach nur schön aus. Das muss ich leider sagen. Das ist geil. Funktioniert nicht mehr. Scheiße. Bis gleich.